Hallo und herzlich willkommen, lieber Witter, hier im Februar. Ja, ich möchte mit dir für dich jetzt hier gerne in die Februar-Energie schauen, was sich da an Themen möglicherweise zeigt, wie sich die Energie entfaltet und ja, was da so in deinem Leben los sein könnte. Wir haben ja einen heftigen Januar hinter uns und gerade Anfang Februar, wir haben noch die letzten Züge so dieser 10 Portal-Tage und ja, ich möchte gern schauen, wie sich das für dich hier zeigt, wie sich die Energien zeigen möchten. Ich habe keinen blassen Schimmer davon, wie sich der Februar astrologisch zeigt. Ich habe da keine Ahnung, ich schnappe da immer mal wieder Themen auf, aber ich lese mich da nicht extra ein. Und ich habe hier wieder, du siehst es, die großen Arcana mit den Assen, weil einfach die Energie so kraftvoll ist. Ich habe das Secret Forest-Orakel und das Göttinnen-Orakel und wir schauen jetzt einfach mal, dann auch im Anschluss eben mit dem Tarot, wie sich das zeigen möchte. Ja, ich möchte jetzt hier bitte eine Hauptenergie für meine Witter, für den Februar 2022. Welche Energie zeigt sich da im Februar? Na, die wollte dann doch nicht. Eine Botschaft bitte hier für meine Witter. Da geht es dann doch. Der Gehengte. Ja, vielleicht geht es für dich, lieber Witter, mal darum, die Situationen, die unterschiedlichen Herausforderungen, das, was in deinem Leben da auftaucht, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Gehengte, da geht es immer um einen Perspektivwechsel. Es geht aber auch darum, mal sozusagen die Füße still zu halten und mal hinzuspüren. In der Quersumme des Gehengten, also die 12, das ist die 3, das ist die Herrscherin. Und vielleicht braucht es bei dir, lieber Witter, im Februar ein bisschen Geduld, bis da etwas heranreift. Das ist ziemlich spannend. Also der Gehengte. Mit Ruhe und Gelassenheit nehme ich hier auch so wahr. Wir schauen mal, was die zweite Karte hier sagt, um welches Thema es hier im Februar geht. Drei nicht, eine Karte bitte. Eine Karte bitte hier, für die Witter, für den Februar. Ja, die Transformation. Butterfly Spirit und Butterfly, ja, kraftvolle Transformation und Veränderung findest du kaum. Was ähnlich in der Energie ist, ist eine Libelle, die hat die gleiche tiefe Transformation, aber der Schmetterling hier, du weißt es selbst, von der Raupe zum Schmetterling. Und vielleicht hast du sogar auch das Gefühl, du bist da gerade so in diesem Puppen-Stadium dieser Transformation dieses Schmetterlings und du merkst, wie sich so langsam dieser Kokon öffnet und du da, ja, vorsichtig versuchst, deine Flügel auszubreiten. Und hier haben wir schon so ähnlich wie Flügel mit auf der Karte bei dem Gehengten. Das finde ich ziemlich spannend. Ja, auch die Perle, äh, Quatsch, die Muschel braucht eine ganze Weile, um da eine Perle hervorzubringen. Also von daher ist eben auch diese Geduld angesagt und du darfst großzügig sein mit dir, mit der Geduld, mit dem, was in deinem Leben ist. Du darfst da wirklich, ich habe das Gefühl, auch wirklich empfangen, Großzügigkeit empfangen. Eine tiefe Transformation und wie gesagt, wir stehen alle gerade da an dieser Schwelle vom Januar zum Februar und ich glaube wirklich, dass dieses Jahr 2022 sehr herausfordernd wird. Und übrigens, wir haben hier die 39, wenn ich das richtig lese, ja, und das gibt in der Quersumme wieder die 12. Das ist spannend. Und die 8, ja, diese Verbindung mit dem Göttlichen, deine Anbindung, die liegende 8, die 8 im Tarot, die Kraft. So, jetzt lass uns aber mal schauen, was eben das Tarot dazu sagt. Und ich möchte jetzt bitte hier eine Botschaft, klar und deutlich, für meine Widder, für den Februar 2022, wie sich dieser Monat gestalten möchte, was da möglicherweise auf den Tisch kommt und wie das Ganze, ja, dann eben auch wieder in die Klärung, in die Heilung kommt, falls da, ja, jetzt etwas ansteht, was geklärt und geheilt werden möchte. So, die lassen wir hier, wollen wir mal schauen. Die 6 Stäbe. Auf alle Fälle, egal was hier kommt, lieber Widder, du wirst erfolgreich sein. Das ist der Sieg. Egal, was hier kommt, egal, ganz gleich, wie viel Geduld du aufbringen musst, darfst, kannst, möchtest, wie die Transformation sich gestaltet, es wird erfolgreich sein. Ganz gleich, was du hier beginnst, in welcher Form du da vielleicht auch neue Ideen in den Februar hineinbringst, es wird erfolgreich sein. Wir schauen mal weiter. Die 3 Stäbe, das ist deine Sehnsucht. Und das Schiff wird kommen und du wirst hier wirklich das umsetzen können, was du dir vorgenommen hast. Deine Sehnsucht wird erfüllt. Wir haben hier lauter Stäbe. Schau mal, die 4 Stäbe. Wunderbar. Es geht ums bei dir Ankommen, um die Freude, so eine freudvolle Energie. Die Hochzeit, die Hochzeit, etwas Neues wird geboren, kommt in die Welt. Der König der Kelche, vor allen Dingen kommt hier eine ganz, ganz liebevolle Kraft in deine Welt gebiert sich sozusagen aus dir heraus. Ich bin ziemlich gespannt auf die nächsten 2 Karten. Die 7 Stäbe und es geht darum, hier neue Grenzen zu ziehen. Schau dir das mal an, lieber Witter. Alles Feuerenergie. 6 Stäbe, 3 Stäbe, 4 Stäbe, 7 Stäbe. Es geht hier womöglich auch darum, das, was du dir hier erarbeitet hast, das zu verteidigen. Lass uns gleich schauen, was hier noch kommt. Die 9 Stäbe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Karten geordnet hatte oder was. Keine Ahnung. Wir schauen mal, was an der Unterseite liegt. Das ist sehr, sehr spannend. Hier zeigt sich der Turm. Ja. Und es kann sein, mit dem Gehengten und der Transformation, dass hier ein altes Muster, eine alte Situation, etwas Festgefahrenes, etwas Eingesperrtes, auflöst. So wie die Raupe sich in dem Kokon auflöst, die löst sich komplett auf, um Schmetterling zu werden. So kann dieser Turm hier in deinem Leben etwas auflösen, Mauern sprengen, fesseln. Wir haben hier zwar die 9 Stäbe als Schlusskarte. Vielleicht hat dich das bisher auch ein Stück weit angestrengt. Vielleicht ist es auch ein Prozess, durch den du gerade schon hindurch gehst, wo du vielleicht gerade am Anfang stehst und du merkst, aber dann im weiteren Verlauf ist erschöpft dich. Aber bitte, bitte, lieber Witter, bleib dir treu, bleib dabei. Es geht um die Liebe, es geht um dein Herz, es geht auch darum, großzügig zu sein mit dir, dir deine Sehnsüchte zu erlauben, großzügig auch dir gegenüber zu sein, dass du dir erlaubst, erfolgreich zu sein, weil die 6 Stäbe, die stehen eben für Erfolg, dass du darum kämpfst, erfolgreich zu sein, aber, und ich glaube, das ist auch der Hinweis hier von den 9 Stäben, dich nicht verausgabst darin, sondern einfach auch mal großzügig bist und sagst, ja, kämpft ihr doch, ich habe hier meine Grenze gezogen, die gilt für mich und ihr könnt da hinter dieser Grenze, also auf eurem Gebiet machen, was ihr wollt, ich bleibe jetzt hier bei mir und ich glaube, dass das die zentrale Botschaft ist, da wirklich bei dir zu bleiben. Auch mal hinzuspüren, wo bist du da in Kämpfen verstrickt, die Perspektive zu wechseln, wo lässt du dich hier in Kämpfe einbinden, die schlussendlich gar nicht deine sind, was ist deine Sehnsucht, um die du ja kämpfen möchtest, aber bedenke bitte, Kampf ist immer Kampf, egal wie gut der gemeint ist, es ist immer Kampf, es ist immer eine niedriger schwingende Energie als die Liebe, als bei dir anzukommen, dich deiner Transformation hinzugeben, wenn du dich in den Kampf nach außen ziehen lässt, kommst du von dir weg und deine Transformation steht dann quasi ein Stück weit hinten an. Ja, ich glaube, lieber Witter, es ist hier an der Zeit hin zu spüren, was willst du wirklich? Dafür der Gehengte, der dir die Perspektive wechselt, wo du auch mal anders auf eine Situation schauen kannst und ich habe ja gleich zu Beginn gesagt, die sechs Stäbe, das wird erfolgreich sein und du wirst hier einige Muster für dich erkennen, die dann zusammenbrechen, die sich transformieren und wo du viel, viel großzügiger mit dir und mit dem Leben sein kannst. Du musst nicht hier überall mitspielen, du darfst da die Spieler hier in diesem Kampf auch mal alleine spielen lassen und du kannst hier einfach bei dir bleiben, in deiner Mitte, in deinem Zentrum, in deiner Transformation, die dir dann auch wieder die Ruhe gibt, und die Dinge, die Situationen aus anderer Perspektive anzuschauen. Anzuschauen. Ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung eine Ebene tiefer schauen, gerade eben hier auf den Kampf, auf dieses Ankommen bei dir. Wie gesagt, das kann hier sogar auch eine Begegnung mit einem König der Kelche sein. Da schauen wir jetzt gleich mal auf deine Sehnsucht möchte ich schauen. und eben auch, wie die Transformation sich da weiter gestaltet. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Alle Fortsetzungen auch in diesem Jahr immer noch im Hardmember-Bereich auf meinem Patreon-Channel. Und ja, ich freue mich sehr, dir da gleich wieder zu begegnen.